Kunst kannst du jetzt ein Dingens daneben ich habe hier 24 Steaks also das reicht für mich jetzt erstmal und wenn die Farm hier so langsam im Gange ist dann haben wir eh Essen genug oder nicht oder nicht dann mach es kaputt ich weiß nicht wo der ist und ich habe keinen Bock zu suchen mach die Sounds leiser Hühnchen hier weg da nö ich schlag keine Hühnchen ich auch nicht ich töte sie bloß bei mir fahren hier gerade draußen Autos vorbei die gar nicht leise sind auch gar nicht auch wirklich auch gar nicht bei manchen geht es ja noch die sind noch nicht so laut dann gibt es natürlich auch die aus außergewöhn die Übrigen natürlich auch wieder alles auf die Spitze ja die wollen es dann müssen nö und hast du schon Auto nö 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 die ich nö 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 du bist von abis zählt ich verpasst in dem ich fliegt drüber das war auch mal so eine Idee ein Auto was fliegen kann und am besten noch mit Luft das kp 10 das wärs noch das Beste ja so wir ziehen von zu zweit und wir haben immer noch nichts zu reden scheiß ja das ist ja wenn man erforderlich ist da schon am Anfang das ist schon üblich schön aber man merkt es erst wenn man wirklich aufnimmt wie schwer das eigentlich ist ich hab mal wenn man jetzt selber zuguckt ja das ist genau so selber dann ja und dann dann denkt man immer so alles voll einfach und dann jetzt nehme ich auf so was jetzt nein wie nein doch scheiß jetzt ist wieder so eine Schaufel kaputt billige Qualität hier nichts feines ist doch fast reingefallen in die Schlucht ja hier wohl ach nee da vorne ne doch ach ich will das nicht scheiße wie lange kannst du eigentlich aufnehmen ja das weiß ich noch nicht so wirklich deswegen habe ich vorhin gerade gefragt wie lange wir schon aufnehmen so wenn deine Festplatte voll ist das merke ich doch ja ja das merkst du weil dann fängt ähm alles denn deine dein Minecraft fängt dann an voll zu ruckeln und alles aus weil dann fast irgendwie optimiert glaube ich war ich weiß nicht mehr ganz dann optimiert er andere Dateien die er aufgenommen hat und für die neuen Platz zu machen irgendwie sowas war das äh das hat bald gesagt das äh jetzt letztlich was du eigentlich gesehen hast äh das hat bald gesagt nur weil ich weiß bin Alter das haben sie alles bloß abgeguckt das ist nur weil ich schwarz sind das wird bei mir das haben wir glaube ich vor einiger Zeit in der Schule immer so als Witz genommen und jetzt sagt kein Mensch es mehr ach weiß ich einfach keine Ahnung okay kann man eigentlich nicht mehr locken so jetzt habe ich die Fläche soweit frei jetzt weil ich nur nicht muss machen oder wie ich schon machen soll das hier muss auch noch alles weg ach ich möchte mal was essen ne das wird auch gerade erst auffallen so alle essen das wäre aber ganz was anderes wir sind ja hier nicht mehr in creative ja eben wie mache ich das denn jetzt Alter ich hab da ja glaube ich glaube ich bin mal wo es passt schön verbosen du eigentlich ich werde hier irgendwo ich werde ich werde du brauchst hier irgendwo wie lange haben wir denn noch hat sich ich wusste dass du da wolltest weee ach doch da ist da noch schon guck 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 da hinten läuft Zucker rum ja übrigens hast du schon den Leuten dein geiles Cape gezeigt guck blind eigens schön mein monsters便 vollkim kreuz64 oh� ich bin folger mein Beispiel wohl war noch kein gut ins kenneich franchise nicht sprechen schnisten sollen du Twojego Follow Your auf dem steinalten den 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 blauen mit schwarz an den jahre wohl geil eigentlich aber nach der zeit habe ich mir gesagt so wird man zweit was neues den geist in der schatten die die immer scheiße ich glaube ich nehme wieder den blauen bei dir was bei mir was ich habe gerade bloß hier mein will point eingestellt das ist auch mal eine idee wii mit wo ist mir nehmen muss ich mal ins ihren dienst das mut alter der hatte kein niedriges scharf alles was gibt es ich bringe jetzt das ist ja durch nicht Naja Ich spring jetzt Nein! Oh doch, komm mach's Ja, schon lange gesprungen Oh, ich bin zu spät Alter, es ist wie für Nacht, hast du Rolle gefunden? Nein, eben nicht Ich würd dann mal suchen Ja, das will ich dann gleich noch mal machen in einem Tag, aber Wieso machst du in der Nacht? Ich komm mit dir und gehen wir die Mondstags killen Nein, wir machen nicht auch meine Aufnahme bei, weil ich immer gut gucken will Alter, du hast glaube ich, wie groß ist es, der Festplatte? Terrabils 2 Reihen Ja, neunzig, fünfzig Terrabils 2 Reihen Ja, neunzig, fünfzig Terrabils 2 Reihen Ja, ich hab noch nicht alles getestet, und Frems das alte Mal stand hier bei 15 Minuten oder so, dann cut macht und alleine weiter macht, das hatte ich ja auch schon mal geschlossen So, also Also, eigentlich nimmt Frems gar nicht so groß auf So Das weiß ich nicht Wenn du 10 Ne, warte mal Du hast sicher mehr als 200 Gigabyte Das reicht völlig für eine Stunde Sagen wir mal so Kannst du jetzt auch einfach ESC drücken und mal gucken, wie dein Speicherstand steht Gleich 0 Ne, Quatsch Scheiß Ich hab' ich wieder ein volles Inventar, das gibt's doch noch nicht Was wollte ich mal machen? Ne Schärfe Ne Schärfe Ne Schärfe Verfolgten Ja, Herr Schärfe Alter Du hast ja okay noch jetzt Du Holz liegt Und da gehst du Blind Ne Schärfe Ne Schärfe Ne Schärfe Ne Schärfe Aber ich verknall es mir, ich mach's nicht Ne 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 De Ne 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 wir haben vorliegen und vielweilig schützten innen die Welt hier und nicht so und Kripo die Kuchen selber habe aber ich traue und hat mal bessere fps ich hab jetzt also ich hab ja standard auf 60 gemacht die sind jetzt immer auf 60 alter jetzt leckt sie krass ja das war weil ich quasi es war irgendwas anders aber sonst waren immer meine fps sind auf 30 60 30 60 30 60 und jetzt immer auf 60 immer immer der mensch selber jetzt haben das ist nichts los das kennen wir erstmal ja das kennen wir auch ja auch geht auch ein paar alter schulder Du mein Scheiß, aber es geht nicht. Siehst du mich? Ah, Scheiße. Ich meine, ich mache das gleiche. Ach, ich mache das gleiche Marsch. Halt doch ab. Feil. Danke. Bim, bim. Au. Alter, ich habe einen Feil. Ich habe auch eins. Ich habe auch eine gute Nacht. Ich habe drei Farben. Eins, noch ein Faden und dann haben wir eine Rolle. Alter, das ist gerade dumm. Was mir gerade passiert ist. Was? Ich habe gerade einen Eickruf und sind vier. Hino rausgekommen. Alter. Das mir noch nie passiert. Wir hockten es, dass wir uns sehen. Wir sind drei, nein, das wollte ich nicht mehr. Wir sind berguntergeflammt. Alter. Ich gehe nur mal ganz kurz hier hinter mir, das Licht machen, sonst habe ich hier. Ungewollte Kreaturen neben mir. Also ich mache ganz kurz, kein Cut, aber ich mache nur das Mikro. Stumm. Okay, okay, machen wir. Ja, wie komme ich jetzt wieder zu meinem Bub? Ohne die Krippoten am Arsch zu holen. Hm, das ist scheiße, das muss man also zu nehmen. So, ich bin wieder da. Da auch wohl lange. No, ja. Oh, es ist immer noch Tag. Äh, noch. Tag, ja. Es ist Tag. Und so, ja. Und so, ja, es ist Tag. Die Sonne wächst mehr, äh, nee, das kann ich nicht so. Warum denn nicht? Nein, das ist nicht jugendfrei. Ich bin kein Jugend. Was ist in deinem Alter? Nichts gegen Jugendalter. Oh, doch. Boah, ich werde nicht mehr, ich habe so viele Items. Ich will nicht der Schwarzpulver weg. Nee, komm, aber das mache ich nicht mehr. Ach, Mensch, nee. Drück schnell, nee. Drück schnell, nee. Drück schnell, nee. So, und alle, sie sehen, wir sind da. So, jetzt hoffen wir mal, ob ich mit dem Ei hier, fünf Fühner. Komm, komm, neun. Fünf Fühner sagst du. Vio. Vier. Das heißt, mir ist noch nie passiert. Das habe ich noch nie gesehen. Das führt schon.